Liebe Geschwister in Christus dem Herrn, in diesem Beitrag möchte ich eine Frage behandeln, die sehr, sehr wichtig ist. Also das ist eigentlich die wichtigste Frage, die man sich nur stellen kann. Und zwar, wie lebe ich ganz für Jesus? Wie lebe ich für Jesus? Wie führe ich ein Leben, das ganz auf Jesus Christus und auf das Evangelium ausgerichtet ist? Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte euch einfach nun mal ein paar Tipps geben und zwar ganz locker leicht aus meinem Leben. Also wie mache ich das eigentlich? Wie macht das der christliche Idealist? Wie macht er das? Der predigt immer, ja, folgt Jesus Christus und predigt den anderen Menschen vom einzig wahren Gott. Doch wie kann ich das machen? Wie lebe ich ein Leben ganz auf Jesus ausgerichtet? Und da ist Tipp Nummer 1 schon mal gleich, Bibellektüre. Lass Gott selbst sprechen. Und wie kann man Gott am besten sprechen lassen? Naja, ganz einfach, man öffnet die Bibel. Und wenn man die Bibel öffnet, dann spricht Gott direkt in dein Herz. Das wird man richtig, wenn man sich dafür öffnet und wenn man sich wirklich dafür intensiv Zeit nimmt, wird man das wirklich spüren, wie Gott zu einem spricht durch die Heilige Schrift. Und dann ist es ja so, dass wenn man die Bibel liest, dass man dann tiefe Einblicke in Gottes Wesen bekommt. Ja, das ist nur erwartbar und gar nicht überraschend, wenn man sich klar macht, dass das einfach das Wort Gottes ist, das an die Menschen ergangen ist. Gott hat sich offenbart, ja, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist hat sich offenbart und durch die Bibel zu uns gesprochen, ja. Die Propheten, die haben eine tiefe, enge Verbindung zu Gott gehabt und haben sie uns Menschen, eben haben uns Menschen eben gesagt und übermittelt, was Gott über die Welt denkt, was Gott sagt, was Gott möchte. Und die Evangelienschreiber, die haben, die wurden von Gott dabei unterstützt, bei der wichtigen Aufgabe, Jesu Leben aufzuzeichnen. Die Apostel und der Apostel Paulus, der hat ja wirklich zahlreiche Briefe geschrieben. Die Apostel haben genau das gleiche getan wie die Propheten, ja. Die haben göttliche Wahrheit vermittelt. Die haben vermittelt, was sie selbst gelernt haben, was ihnen selbst gelehrt wurde vom Herrn Jesus Christus höchstpersönlich und durch sie, durch ihre Schreibfeder hat Gott zu uns gesprochen, ja. Das ist ja gerade das Faszinierende, Gottes Wort im Menschenwort, das ist die Bibel, ja. Genauso sieht das aus, wenn der Himmel die Erde berührt, ja. Das ist ja genau das gleiche wie bei Jesus Christus, ja. Gott wird Fleisch, Gott wird direkt einer von uns, ja. Aber durch seine zwei Naturen ist es ihm möglich, sowohl sündlos zu leben, als auch natürlich die Aufgaben Gottes und den Willen Gottes ganz zu verkörpern, obwohl er in der menschlichen Natur ist. Das bedeutet, Gott begibt sich selbst in die sündige Natur des Menschen hinein und reinigt diese sündige Natur, weil Jesus Christus natürlich keine Sünde tat, weil Jesus Christus ohne Sünde war. Und das hat er bewiesen, das hat er bewiesen durch seine heilige Ethik, das hat er bewiesen durch seine Wunder, das hat er bewiesen durch die Auferstehung, die Epiphanien und die Himmelfahrt Jesus selbst. Und damit ist der Siegel, damit ist das Siegel Gottes auf dieser Schrift, auf Jesus Christus. Und Jesus Christus sagt in Matthäus 5,17, dass man auf die Bibel hören soll. Das bedeutet, das Siegel Gottes ist auf Jesus Christus und damit auch durch Jesus Christus auf die Bibel. Das bedeutet, Bibel aufschlagen, hören, was sagt Gott, was teilt uns Gott mit, wie sieht der alte Bund aus, wozu war der da und wie sieht der neue Bund aus, wozu hat das quasi geführt. Und ich persönlich würde empfehlen, ich habe es so genauso gemacht, erst das Neue Testament einfach mal zu lesen und dann das Alte Testament zu lesen und dann auch zu verstehen. Dann versteht man ja auch vieles besser, was die Propheten teilweise meinten, wenn sie vom Messias schrieben. Das bedeutet, Bibellektüre ist wirklich das A und O. Und das führt uns ja auch schon zu Punkt 2. Wenn wir die Bibel lesen, wozu führt das? Na ja, das führt dazu, dass wir den Willen Gottes kennenlernen. Und wozu führt das? Na, das führt dazu, dass wir sehen können, wie wir persönlich handeln wollen, wie wir persönlich handeln sollen. Was sagt Gott? Was ordnet Gott uns an, ja? Liebe deine Nächsten wie dich selbst, liebe deine Feinde, übe dich in Barmherzigkeit, ja? Sei friedlich und vor allem setze dich für die Rechte der Menschen ein, die auch unterdrückt werden, ja? Ja, und vor allem, das Allerwichtigste, gib die Liebe Gottes weiter. Liebe Gott von ganzem Herzen, ja? Aber Jesus sagt auch uns ganz klar, nicht jeder, der ihn Herrn nennen wird, ja? Also nicht jeder, der so tut, als wäre er ein Christ, ist auch automatisch schon ein guter Christ, ja? Und nicht jeder, der dies tut, der wird auch am Ende das Himmelreich erben. Denn der Herr Jesus Christus sagt ganz klar, dass das eine Münze ist, eine Medaille ist, die natürlich zwei Seiten hat, ja? Und die eine Seite ist die, dass man mit ganzem Herzen glaubt, mit ganzem Herzen und ganzer Seele. Das bedeutet, dir bringt es ja vor Gott letzten Endes sowieso nichts, wenn du anderen Menschen etwas vormachst und sagst, hey, ich bin der größte Christ und in Wirklichkeit ist es dir egal. Das heißt, du musst dafür brennen, du musst im Herzen für das Evangelium brennen, denn alles andere bringt dir nichts. Alles andere ist nicht nur, du täuschst nicht nur andere Menschen, du täuschst vor allem dich selbst, ja? Und zu versuchen, Gott zu täuschen, ist zum Großteil natürlich Selbsttäuschung, ist natürlich aber auch absolut perfide und die Strategie des Satans. Und dann braucht man sich auch nicht zu wundern, wenn man das Himmelreich nicht erbt. So, das ist ein wichtiger Punkt, den man hier einfach mal angesprochen haben muss. Und dann, wichtig, ganz besonders wichtig ist das, dass man das nicht einfach nur liest und sagt, ja gut, okay, sondern dass man das wirklich reflektiert, dass man das wirklich ganz ernst nimmt. Und wenn der Herr Jesus spricht, das ist eine Medaille mit zwei Seiten. Das eine ist der Glaube von ganzem Herzen und das andere sind natürlich, der Glaube muss natürlich eine Wirkung haben. Wer sich wirklich von Christus verwandeln lässt, der ist nach dem Apostel Paulus eine ganz neue Kreatur. Und das ist natürlich logisch, weil der Herr Jesus Christus macht aus dir eine ganz neue Schöpfung, ja? Das Alte ist vergangen, das alte sündige Fleisch ist vergangen, das neue sündlose Fleisch, das Reich Gottes hingegen, ist gekommen und ersetzt das Vergangene. Und das ist ja genau das, was hinter dem Kommen Jesu steckt, ja? Und dann zu sagen, ja, ich bin zwar Christ, aber halte mich an gar nichts und mir ist ja das alles im Grunde egal, ich bin nur so eine Art Etikettenchrist, dann ist das einfach ein Etikettenschwindel, ja? Das bedeutet, man muss wirklich für Jesus Christus brennen. Und dazu gehört eben auch, das zu tun, was Jesus Christus sagt. Die Gebote Gottes nicht nur zu achten und zu respektieren und weiterzugeben, sondern vor allem ganz wichtig, auch persönlich im eigenen Leben auszuleben. Das muss eine Auswirkung auf dich haben und du musst das auch zulassen und mit Überzeugung anderen Menschen helfen, ja? Und nicht, ja, jetzt habe ich mal einen Menschen glücklich gemacht und jetzt posaune ich das raus und schreibe überall auf Social Media und sage das all meinen Freunden, hey Leute, ich habe heute einem Obdachlosen Geld gegeben, seht wie toll ich bin und ernte dann diese ganze Geschichte, ja? Nein, genau das ist falsch. Denn der Herr Jesus sagt uns bereits im Heiligen Evangelium Folgendes. Wenn du Gutes tust und dich damit selbst verherrlichst, dann hast du doch deinen Lohn schon erhalten. Was willst du dann für einen Lohn von Gott, wenn du dir diesen Lohn schon selbst gibst, ja? Das bedeutet, du lässt dich selbst verherrlichen. Und das zeigt, das zeigt, dass es dir nicht darum geht, Gutes zu tun und dass es dir auch nicht um Gott geht, sondern dass es dir darum geht, dass andere dich lieben und verehren, ja? Und dann lässt du dich selbst verehren. Doch was ist Selbstverehrung? Selbstverehrung steht dir als Mensch doch gar nicht zu. Der Einzige, der anbetungswürdig ist, der Einzige, dem Verehrung wirklich zusteht, das ist der lebendige Herr und Gott und das ist Jesus Christus. So, und ganz wichtig bei der ganzen Geschichte ist auch, dass wenn man diese Gebote tut, dass man diese dann eben nicht jedem Menschen auf die Nase bindet, sondern dass man das aus Überzeugung tut. Und dass man dann andere Menschen natürlich dazu animiert, Gutes zu tun. Und natürlich, dass man versucht, dass man wirklich ernsthaft versucht, so gut wie möglich ohne Sünde zu leben. Und wenn man dann mal etwas falsch gemacht hat, gut, Irren ist menschlich, ja? Irren ist vollkommen menschlich und auch ich irre mich allzu oft und mache allzu oft Fehler. Dann gilt es, das selbstkritisch einzuräumen, auch vor den anderen, um authentisch zu wirken. Und dann gilt es vor allem, dass man dann versucht, sich zu bessern, ja? Man kann einen Fehler machen, doch das Schlimmste am Fehler ist nicht daraus zu lernen. Der Sinn des Fehlertums ist gerade, dass man daraus lernt. Nächster wichtiger Punkt. Wir haben gerade das mit den Geboten Gottes gehabt. Wenn man natürlich predigt, dann ist das natürlich wirklich gut. Das bedeutet, Punkt Nummer drei ist predigen. Predigen, 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 zum Evangelium stehen, egal in welcher Lebenslage, von Jesus erzählen. Und was wir Christen vor allem tun müssen, ist, dass wir das lebensverändernde Zeugnis, das wir mit Jesus, das wir mit Jesus haben, dass wir das weitertragen. Wir tragen unser Zeugnis mit Jesus Christus im Herzen. Ja, wir sollen aber dieses Zeugnis weitergeben. Wir sollen erzählen. Wir sollen den Menschen davon berichten, ja? Wenn ein Mensch sagt, und was machst du so? Oder und, was sind deine Interessen? Dann gilt es, Gott nicht zu verstecken. Dann gilt es dazu, dann gilt es, zu Gott zu stehen. Dann gilt es, dass man lebendig und authentisch vermittelt, was Jesus Christus in deinem Leben getan hat. Dann gilt es, das Zeugnis wiederzugeben, Zeugnis zu geben von unserem Herrn und Gott Jesus. Wenn der eintritt in unser Leben. Das bedeutet, ich meine damit, Werbung für Jesus machen. Wenn man skeptische Blicke erntet, nicht aufhören und uns ermutigen lassen. Wir wissen, dass Jesus Christus in uns wohnt, dass die Kraft des Heiligen Geistes mit uns ist, dass Gott Vater auf uns schaut. Und wir wissen, dass Jesus von den Toten auferstanden und gen Himmel gefahren ist. Er hat sich lebendig und leiblich seinen Jüngern gezeigt. Und die waren sehr verzweifelt. Die gingen danach aber in den Tod für Jesus Christus. Das bedeutet, Jesus Christus will natürlich, dass wir uns von ihm verändern lassen. Aber, dass wir von seiner lebensverändernden Kraft Zeugnis geben. Wir sollen uns nicht verstecken. Und vor allem sollen wir Jesus Christus nicht verstecken. Im Gegenteil, wir sollen für Jesus Christus einstehen und wir sollen Jesus öffentlich machen. Wir sollen ganz klar Zeugnis davon geben, was Jesus in unserem Leben gemacht hat. Und wir sollen die Menschen dazu animieren und Werbung dafür machen, dass sie Jesus folgen. Dass sie in eine lebendige Beziehung mit Jesus treten. Dass sie Jesus persönlich ansprechen. Denn Jesus Christus antwortet. Er ist keine tote Götze, die nicht antwortet. Er ist keine Büste irgendeiner längst verstorbenen historischen Person, die einfach nur schweigend dich anstarrt. Jesus Christus ist der lebendige Gott, der dir antwortet. Und da gebe ich Brief und Siegel dafür, dafür garantiere ich, denn das habe ich oft genug erlebt. Nächster Punkt. Wenn wir davon Zeugnis geben, wie wunderbar der Herr und Gott Jesus Christus ist, dann sollen wir seine lebensverändernde Kraft nicht vergessen. Das bedeutet, wir sollen in jedem Moment natürlich bereit sein, Zeugnis zu geben und für das Evangelium zu werben. Doch jede Sekunde deines Lebens sollst du Jesus Christus in deinem Herzen tragen. Du sollst ständig, ständig Jesus Christus im Kopf haben. Du sollst ständig, egal bei wem und egal bei was du tust, sollst du an Jesus Christus denken. Du sollst Jesus immer dabei haben. Du sollst ein klares Bekenntnis für Jesus geben. Du kannst gerne zum Beispiel eine Kreuzkette tragen. Ich persönlich trage zum Beispiel eine Kreuzkette am Hals. Aber was ich besonders damit meine, ist, dass es in deinem Inneren so aussehen soll. Es bringt nichts, wenn du Wasser predigst und Wein säufst. Es bringt nichts, wenn du anderen Menschen von der lebendigen Kraft Jesu erzählst und dann selbst nicht dafür brennst und lebst. Das bedeutet, in dir, wie gesagt, du kannst nichts vor Gott verstecken. Jeder Gedanke ist offenbar vor Gott. Wenn du behauptest, du bist Christ und bist es im Inneren nicht und bist nicht begeistert von Jesus, dann hör auf zu lügen und dann beschäftige dich mit Jesus und lass dich von Jesus erfüllen. Du musst eine Flamme für Jesus Christus im Herzen tragen und du musst wirklich Jesus von ganzem Herzen lieben. Das nächste ist, du persönlich musst natürlich, wenn du Jesus in deinem ganzen Leben hast, wenn du an Jesus denkst, in jeder freien Minute, wenn du alles, was du tust, im Namen Jesu tust. Und wenn du mal einen Fehler machst, dann im Namen Jesu aus diesem Fehler lernst. Das bedeutet, jede Zelle deines Körpers muss von Jesus Zeugnis geben. Jede freie Sekunde sollst du Jesus gehören. Und außer Jesus, lass dich nicht vermüllen von irgendwelchem weltlichen Schrott. Wenn dir der weltliche Schrott zu viel wird, dann bete. Dann besinne dich. Dann nimm dir einen Moment. Lies in der Bibel. Studiere die Bibel, die Heilige Schrift. Aber vor allem, lass niemals, auch gedanklich nicht, Jesus Christus außer Acht. Und lass nie die Verbindung zu Jesus Christus abreißen. Ich meine damit nicht, dass du zwanghaft ständig dich konzentrieren sollst, dass ja, Jesus in deinem, an deinen Gedanken, dass ja, ein Bild von Jesus in deinem Gedanken ist, sondern wer Jesus Christus kennt, wer ihm nachfolgt und wer Jesus Christus in seinem Leben hat, der wird jede freie Sekunde die Kraft spüren, die Kraft des Heiligen Geistes spüren. Und dann hast du Jesus automatisch immer dabei und du denkst an Jesus Christus und alles, in allen Lebenssituationen bist du bei Jesus, ist Jesus bei dir. Jesus ist sowieso immer bei dir. Und du denkst an Jesus. Du bist derjenige, der den Kontakt zu Jesus immer aufrecht erhält. Es ist wie die Nabelschnur deiner Mutter, durch die du mit selbiger verbunden bist. Du hast immer den Draht zu Gott, der niemals reißt und den du niemals abreißen lassen solltest. Das bedeutet, habe Jesus in deinem Herzen und habe im Hinterkopf immer bei allem, was du tust, Jesus Christus. Denk an ihn, sag ihm im Gedanken, wie sehr du ihn liebst und bei allem, was du tust, überall, wo du hingehst, lass dich von dieser lebensverändernden Kraft Jesu immer machen, in jener neun Sekunde neu schaffen und sei bereit, Zeugnis von dieser zu geben. Dann natürlich das aktive Gebetsleben. Das aktive Gebetsleben. Ich persönlich zum Beispiel bete natürlich jeden Abend vor dem Einschlafen, aber bete in deinem Leben. Beten ist der Chat mit Gott. Chatte mit Gott. Erzähle Gott von deinem Leben. Lass Gott teilhaben an deinem Leben. Er hat sowieso Teil an deinem Leben, doch komm, öffne dich ihm aus freien Stücken heraus. Er hat immer ein offenes Ohr für dich. Rede mit Gott. Binde ihn ein. Binde ihn in alle Entscheidungen deines Lebens mit ein. Frage ihn um Rat. Bitte ihn, wenn du nicht mehr weiterweist, um Weisung und Zeichen und Rat. Vor allem aber danke ihm. Danke ihm dafür, dass du sein darfst. Danke ihm vor allem dafür, dass du seine Kraft spüren darfst. Lass natürlich, das ist der nächste Tipp, den ich geben möchte, in deinem Glaubensleben, was ebenfalls wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und wirklich absolut, ja absolut wichtig ist, ja. Wenn du Gott in dein Leben mit einbindest, dann kannst du das immer tun, denn Gott ist überall. Das ist natürlich klar, ja. Das bedeutet, natürlich, Gott ist nicht nur an die Kirche gebunden. Jede freie Sekunde deines Lebens kannst du mit Gott verbringen, ja. Aber ich persönlich zum Beispiel finde es schön, am Sonntag mit der Ekklesia, also mit der Kirche, mit der Gemeinschaft in Christus zusammen zu kommen und gemeinsam Gott zu feiern. Gott zu loben, Loblieder zu singen. Die Atmosphäre in der Kirche, die verwandelt einen, ja. Und das ist, was wir Christen alle gemeinsam sind, gemeinsam haben. Ich persönlich bin katholisch. Wenn du evangelisch bist oder orthodox, gehe in die Kirche. Lass dich persönlich ein, darauf Loblieder anzustimmen für Gott. Und lass dich vom Priester, also von demjenigen, der die Predigt verliest, der aus der Heiligen Schrift liest, immer wieder neu dazu ermutigen, Selbstzeugnis zu geben. Der Priester gibt Zeugnis. Der Priester liest aus der Heiligen Schrift. Der Priester ist derjenige, der natürlich immer auch für die heutige Lebenssituation das Wort Gottes auslegt und uns persönlich dazu ermutigt, uns immer zu erstarken und immer weiter zu wachsen in unserer Beziehung mit Gott. Nimm dir das zum Vorbild für deine eigene Predigertätigkeit, für deine eigene Evangelisation, aber natürlich auch für dein persönliches Leben. Dass du das Glaubensleben, dass du dein persönliches Glaubensleben, deine Beziehung mit Gott weiter intensivieren kannst. Und dass du auch zum Verständnis der einzelnen Passagen der Heiligen Schrift immer weiter, dass du da wachsen kannst, ja. Natürlich, in der Kirche, da herrscht dieser ganz besondere Spirit, ja, das ist klar. Denn du feierst ja bekanntlich mit der Ekklesia, mit der gesamten Gemeinschaft. Und das ist etwas, das unglaublich heilsam sein kann, ja. Nimm dir auch Vorbilder, ja. Vor allem in deiner Predigertätigkeit. Vermutlich das perfekte Vorbild, ja. Das Vorbild, das man sich nehmen kann, ist natürlich der Apostel Paulus, ja. Der Apostel Paulus, der hat Menschen stetig zum Evangelium geführt. Er hat ihnen das Evangelium erklärt und ausgelegt. Er hat stetig dazu beigetragen, dass Gemeinden entstehen können, dass die Gemeinde in ihren Wirken vorantritt. Er ist überall gereist. Er ist überall, er ist weit gereist, um das Evangelium zu bringen, den Menschen. Er hat sich auf die Menschen eingestellt. Er hat den Armen gepredigt, wie sie es gerade brauchten. Den Juden hat er es aus dem jüdischen Kontext erklärt. Die Heiden hat er herangeführt an die jüdisch-christlich-biblische Theologie. Er hat also letzten Endes sein ganzes Leben für Jesus gewidmet. Und das ist genau das, was wir als Christen tun sollen. Unser Leben Jesus ganz zu übergeben und uns in unserem ganzen Leben für Jesus hinzugeben. Unser ganzes Leben Jesus zu widmen. Und da hat Paulus auch nichts abgehalten. Paulus wurde verprügelt. Er wurde gesteinigt. Er wurde beleidigt aufs Übelste. Und was macht er? Er steht immer wieder auf und sagt jetzt erst recht und sagt ins Gesicht seiner Feinde, obwohl er weiß, er wird dafür verhaftet, sagt er noch, dass Jesus der Herr ist und dass er auch sie liebt. Das ist genau das praktische Ausleben dessen, was Jesus Christus für einen gläubigen Christen geboren hat. Und deswegen gab uns Gott ja auch seinen wunderbaren Boten in Paulus. Und wenn wir die Heilige Schrift lesen, dann lesen wir auch in den Paulusbriefen von seinem Weg. Davon müssen wir uns anstecken und inspirieren lassen von diesem Geist. Denn der Heilige Geist ist so stark. Selbst wenn Paulus geköpft wird, da hat er nicht widerrufen. Er hat sich köpfen lassen, aber letzten Endes hat er alles für Jesus Christus getan. Und das ist genau das, was wir uns zum Vorbild nehmen müssen. Jesus Christus ist für uns am Kreuz gestorben. Er hat Todesängste, Todesschmerzen ausgestanden und den Tod selbst besiegt. Alles für uns, weil er uns als Sünder noch annimmt und liebt. Sollen wir da nicht allen Hindernissen entschieden entgegentreten mit dem Namen Jesus alle Hindernisse wegfegen? Wenn Jesus den Tod besiegen konnte, was sollen dann unsere Probleme für ihn sein? Das sind nicht nur Peanuts, das ist nichts für ihn. Ja, das bedeutet, wenn wir unser ganzes Leben Jesus geben, dann sollten wir auch unser Leben für Jesus hingeben. Und natürlich, womit ich jetzt schließen möchte, ist ein Hinweis, der besonders wichtig ist meines Erachtens. Und auch, wenn wir das erklären mit der transformierenden Kraft des Heiligen Geistes, die in uns inne wohnt, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir beten, auch Kontakt zu suchen mit Leuten, die auf gut Deutsch genauso ticken wie du. Also, sich Leute zu suchen, mit denen man für Jesus etwas tun kann. Und auch, wenn man zum Beispiel Fragen hat, es gibt solche Kanäle wie ich, wie meiner zum Beispiel, es gibt viele andere, wie zum Beispiel Markus Voss, John Lennox, Josh McDowell, die haben alle Bücher geschrieben, wunderbare Bücher und verteidigen den Glauben öffentlich. Wir sollten uns auch an denen ein Beispiel nehmen und sollten sie auch konsultieren. Wenn zum Beispiel jemand in einer gewissen Glaubensfrage nicht weiter weiß, wofür gibt es christliche Apologetik, wofür mache ich das hier alles? Damit die Menschen im Glauben an Jesus Christus wachsen und stabil stehen können. Damit Menschen in der Lage sind, den christlichen Glauben und Jesus Christus in dieser Welt, in diesen Zeiten, modernen Zeiten des Pluralismus, glaubhaft zu verteidigen. Und Jesus Christus als die einzige Alternative herauszustellen. Das ist es, was wir erreichen wollen. Und deshalb, gebt Zeugnis von Jesus, erzählt von Jesus, predigt das Evangelium, lest im Evangelium, betet, ohne Unterlass, wie Paulus schon sagt. Und praktiziert, praktiziert, ja, geht in die Kirche. Und vor allem praktiziert, das meint ja auch, macht das, was Jesus euch sagt. Steht zu ihm, tut seine Gebote, behandelt jeden Menschen mit Respekt, seid gut zueinander, verbreitet die Liebe Gottes, verbreitet die Liebe Gottes und zeigt den Menschen auf, dass Gott Liebe ist, dass Gott uns liebt und wie gut er ist. Und in diesem Sinne, wie kann ich ein Leben für Jesus leben? Wie lebe ich ein Leben für Jesus? Indem ich ihn von ganzem Herzen liebe und mit ganzem Herzen für ihn einstehe. Indem ich ihn in meinem Herzen habe und er immer, ausnahmslos immer, meine Priorität ist. Amen.